Mein Name ist Lara Frenk, ich bin 16 Jahre alt und besuche das Gymnasium. Der Hof bedeutet mir sehr viel. Ich bin damit aufgewachsen und ich kenne es nicht wirklich anders. Also ich finde, Umweltschutz ist sehr wichtig. Nicht nur, wenn man auf die Landwirtschaft schaut. Ich persönlich setze mich sehr dafür ein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich anders bin als meine Mitschüler, weil ich einfach teilweise weiß, was so dahinter steckt, wie viel Arbeit so ein Leibbrot eigentlich macht. Also ich denke, dass wir doch alle das Gleiche wollen. Wir wollen doch alle die Umwelt schützen und wir wollen doch alle unseren Planeten erhalten. Wir wollen unsere Umwelt gesund erhalten. Ich finde, was wirklich wichtig ist, um den Hof weiterhin zukunftsfähig zu erhalten, ist einfach offen für neue Dinge zu sein, sodass wir mehr Lebensmittel mit wenigen Ressourcen und weniger Auswirkungen für die Umwelt anbauen können. Die Geschichte hat gezeigt, dass immer was Neues entsteht. Es wird neue Dinge geben. Und man muss offen dafür sein und neuen Sachen auch eine Chance geben. Yara unterstützt sie dabei, ihren Hof nachhaltig und in Umweltbestimmungen entsprechend zu bewirtschaften. Yaras Düngekonzepte auf Nitratbasis emittieren 18 Prozent weniger Treibhausgase pro Tonne Ertrag verglichen mit einer einfachen Harnstoffdüngung.